Antenne Vorarlberg Hi, hier ist Vorarlberg-Reporter David Kieber. Ich melde mich aus dem Wildpark in Feldkirch und stehe hier vor dem Zwergziegengehege. Die Zwergziegen sind ganz besondere Tiere, die kann man nämlich streicheln und füttern. Allerdings nicht mit selbst mitgebrachtem Futterbitte, denn da hat es jetzt am Wochenende wieder ein paar Vorfälle gegeben, die nicht schön sind. Betriebsleiter Christian Ammann, was ist dort passiert? Ja, leider Gottes haben sich Besucher wieder nicht an die Regeln vom Wildpark gehalten. So wurden zum Beispiel die Auerhennen mit Chips gefüttert, das Rotwild wurde mit Twix gefüttert und das ist natürlich ein komplettes No-Go bei den Wildtieren. Also Chips und Twix ist nicht das richtige Futter für Wildtiere, aber ihr habt richtiges Futter da. Das heißt, wenn man bei euch Tiere füttern will, kann man das? Ja, in gewissen Gehegen, also hauptsächlich bei den Haustieren, haben wir Futterautomaten angebracht mit bestimmten Futter und bestimmter Futtermenge, die kann an die Tiere verfüttert werden. Ganz, ganz wichtig, bitte halten Sie sich daran, wenn Sie im Tierpark in Feldkirch ein Tier füttern wollen, dann kaufen Sie sich bitte hier das Futter, das genau für dieses Tier abgestimmt ist und wo man weiß, das ist gesund für das Tier. Chips und Twix ist nichts für Wildtiere hier im Wildpark und auch selbst mitgebrachtes Brot lassen Sie besser zu Hause. I'm telling it for I'm back!